okay einfach so mit einer pampone kiste gewonnen doch recht nette kiste heiliger mangel verzaubert werden du kannst weg aber kein podest also ich bin immer schön gründlich hoch geflogen dann stück nach rechts runter geflogen stück nach links wieder hoch geflogen und so weiter gefunden habe ich nichts ich hatte mir glaube ich auch schon da ist es sehr schön klick und damit haben wir alle statuen aufgebaut sehr gut du stadtportal blackshire war das können wir mal was das schönes bringt hier müsste es gewesen sein suchauftrag gute arbeit ich habe meine jugend zurück stimmt das er vorher ein wenig älter aus dank dir hast du daran gedacht mir als folge zeit job zu assistieren nein danke ich könnte eine verlässliche hilfe gebrauchen ich habe über die jahre ein paar schmuckstücke anhäufen können bitte bediene dich in der kiste vor dem haus selbst als bezahlung für deine dienste ich muss jetzt noch ein wenig aufräumen aber dann werde ich nach burg ironfest aufbrechen um zu sehen ob ich davon verwendung ob die da verwendung für ein alten haus und hof zauberer haben wer ist ambrose brussel experte der schattenmagie rückzug ich musste viele verlorene expeditionen retten und eines habe ich dabei gelernt wenn du jahre situationen kommst du nicht handhaben kannst dann zieh dich zurück niemand denkt deswegen schlecht von dir was sympathisch so gucken wir mal hera spezialkraft plus 50 trefferpunkte plus 50 zauberpunkte plus 50 glück minus 50 intellekt na gut später hat man so viel intellekt ist nicht mehr wirklich ins gewicht fällt moment dem geben wir hast also wir können es geben die braucht keinen intellekt du ring des wassers verstärkt wirkung aller wasserzauber das kommt zu dir implosionsstab kommt weg das hat leider keine zweite seite ok du mach mal platz für hera du plus 100 intellekt minus 40 stärke das ist nicht so gut eigentlich solltest eher du tragen weil sie ist ja auch teils kämpferin versteckt wirkung aller wasserzauber genau denn verzauber doch bitte noch die schuhe reaktion plus 11 was ok du weg 12 plus 22 stärke zieh den mal an ich will nicht wieder in die verlegenheit kommen nicht irgendein schwert rausziehen zu können den spieler noch verzaubern ok also ups das wollte ich nicht den zauber hätten wir jetzt erledigt die aufgabe hat ja auch lange genug gedauert hier gab es ein experten lehrer für schwarze magie und bei ersten würde ich ganz gerne gucken was für zauberbösen holen können geschlossen wie spät haben wir es gleich abends ok dann halt schatten zuerst geschlossen schatten zuerst schaden zauber spruch kaufen schrumpfstrahl haben wir amageddon haben wir finger des todes haben wir glaube ich noch nicht gekauft tag der schutzes haben wir massenfluch versetzt alle monster im sichtfeld des zaubernden in zustand verflucht also dass sie nicht ordentlich zaubern können ich frage mich ob das bei augen funktioniert also diesen fliegenden augen das wäre schon echt praktisch der ist gekauft schrumpfstrahl haben wir finger des todes haben wir gekauft drachen hauch ich glaube den haben wir noch nicht gekauft du zaubern ne haben wir noch nicht schatten drachen hauch so bitteschön 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 du hast jetzt alle bis auf einen schatten zauber gut schlafen morgen zip 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 10 uhr und tote vernichten haben wir glaube ich schon fast food taktikötter magie vertreiben haben wir glaube ich noch nicht goldfinger haben wir taktikötter haben wir verlangsamen haben wir also mau ne fast food haben wir noch nicht okay dann kauf bitte fast food so so fiel noch zwei was genau macht fast food eigentlich stellt einen tag plus drei trage pro zehn fähigkeitspunkte her also stellt vier essen her wir können jetzt nicht zaubern wir hätten 22 wir können es nur zaubern wenn wir unter vier haben richtig richtig okay also licht zaubern müssen wir noch im auge behalten was haben wir noch finde prinz nikolai besuche den altar der sonne wirklich zeit ist nicht vergangen ne kalender 8 august nö das kann also auch noch warten berge das juwelen besetzte eier aus burg kriegsbayer das klingt echt wichtig suche und zerstöre das buch der litsche in burg d'aknur burg d'aknur ist ganz schön krass gewesen aber so viele alternativen mit was wir machen können haben wir nicht mehr wirklich weg 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 also temple of stone waren wir da waren wir springen genau black shale haben jetzt abgeklappert freehaven dann müssten wir die dungeons eigentlich alle schon gemacht haben silver cove wir waren im obelisken wir waren glaube ich auch in den beiden drin aber zur sicherheit nochmal gucken also was ich jetzt momentan suche ist was leichtes also wir haben recht viele ziele die ziemlich happig wären ja hier haben wir schon also wir haben viele ziele die happig sind und ich hätte eigentlich ganz gerne noch ein zwei level vorher oder die restlichen schatten und licht zauber aber da müssen wir einfach nur warten stopp da oben ein zwei level haben wir und ich denke mal hier nur ein aber weil es wäre schon ganz schick noch ein paar level und bessere Ausschussung zu haben bevor wir zum beispiel in der burg der untoten im sumf der verdammten weitermachen weil die augen sind so garstig festung des kriegs herrn hatten wir auch aufgeräumt ja gut also haben wir haben wir haben wir hier ist was ist das da oben das könnte noch ein altar oder so gewesen sein auch Kisten verzaubern verkaufen naja Rüstungsklasse plus 15 das klingt echt nicht schlecht das kann verkauft werden das kann weg aha zweite seite da kommt schon totaler nach so kann weg oh lauf oh wir haben keine Zauberpunkte mehr äh da ist das Ding schreien des Charismas Charisma ist März laut meiner Liste also wir können jetzt eintragen dass das hier ein Silberkopf ist äh aber erstmal Rückzug flieh boah wir sind es doch böse ne so könnten wir auch ein zwei Level machen denke ich das macht fast oh doch du musst immer schön gegen heilen poink also das bringt jetzt nicht so viel aber das müsste halt theoretisch die ganze Karte betreffen das oh tote Ruiden das testen wir einfach mal indem wir zu den Ruiden hier gehen und gucken ob sie Schaden haben ja haben sie nicht genug Zauberpunkte was 105 hast du wie viel braucht denn einmal Geld bitteschön 150 und kann nur zweimal pro Tag gesprochen werden auf Expertenrang ja okay komm stirb und Georgon diesmal mach nicht schlack bitte aha auch wenn es kein tolles Schwert ist sie sagt zwar oh aber so oh ist das nicht also wir wollten uns merken Charisma März Silver Cove da dann hatten wir in den Aal verseuchten Gewässern und sollten wir vielleicht doch einmal ausschreiben also Charisma Silver aha werde ich schon wissen was ich meinte und Aal Gift wobei wir da nicht wissen welchen Monat oder aber das können wir ganz schnell ändern du trink mal ein davon 17 Zauberpunkte reicht nicht du noch ein davon spring Es hat geklappt, es hat geklappt. Ich habe dich schon erwartet. Feuer, Feuer. War es ein Kriegsbayer? Das war irgendwas, was Sinn machte. Also Drachen oder Vulkan. Ich glaube beim Vulkan ein Kriegsbayer. Das wollten wir mal gucken. Also August ist Feuermonat. Schreibe ich mir auf. August, Feuer. Jetzt können wir nicht schlafen, weil das Pipifax-Zeug hier rumläuft. Du kannst kein Armageddon sprechen. Hier wäre Armageddon bestimmt richtig praktisch. Die ganze Karte wäre instant tot. Es sterben zwar auch ein paar Zivilisten. Was ist denn halt so? Wir könnten schlafen. Was aber auch irgendwie komisch klingt. Ja, also wir haben die Welt zerstört. Der Reporter fragt, warum eigentlich? Wir wollten eigentlich nur in Route schlafen. So, weg, weg, weg. Kann ich jetzt schlafen? Nee, irgendwas schießt noch. Da. So. Jetzt hier hinten irgendwo. Dankeschön. Du. Sauersprung ist los. Achso. Es zählt für alle 24 Stunden und nicht einmal am Tag. Also ne? Neuer Tag. Weil die Sonne gerade aufgegangen ist. Geht gerade unter. Okay. Wusch. Und wenn wir jetzt über die Karte fliegen, müsste eigentlich alles tot sein. Plopp. Plopp. Genau. Überall tote Gegner. Und wahrscheinlich auch tote Zivilisten. Das gucken wir jetzt nach. Wobei wir das hier wieder beheben können. Äh. Nein. Tada. Hallo Waffenmeister. Bye, bye Waffenmeister. Also. Wir sind jetzt in der Lage, den Tod und das Leben zu meistern. Was uns doch ein wenig abheben hat lassen. Oh, zwei Stufen. Und schon haben wir... Hä? Immer noch den 8. August? Und das ist Vollmond. War nicht eben gerade 8. August und Neumond? Juni, Juni, äh. Okay. Sehr komisch. Was für einen Ruf haben wir jetzt eigentlich? Einen sehr schlechten. Aber das kommt halt von dem Armageddon. Du, flieg bitte. Äh, kurz Hufeisen gucken. Dann würde ich... Oh, Hufeisen. Dann würde ich eigentlich ganz gerne mit ihr... nach Blackshire springen. Da zum Experten für dunkle Magie. Der war hier, glaube ich, irgendwo. Oh, hallo. Hallo. Ne? Und den dann fragen, wo der Meister der dunkle Magie ist. Hallo. Zulang Manchu. Warum haben eigentlich der Meister so einen asiatischen Namen? Äh, er wohnt in einem kleinen Haus in einem Dorf im Paradies-Tal. Der Paradies-Tal. Sweetwater... Wollen wir zweimal Sweetwater? Achso, wegen dem Dingens da. Äh, okay. Wir springen zu dem Sweetwater, weil den Sprungpunkt brauchen wir nicht. Hm. Dann gehen wir von da aus nach Paradies-Tal und setzen da einen Sprungpunkt nach Paradies-Tal. Das klingt gut. Also... Sweetwater. Südlich von Sweetwater Paradies-Tal. Da brauchen wir erst mal die Karte. Du? Ich glaube da ist Sweetwater. Also ja, südlich klingt gut. Einfach süd, 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 komm. Und Paradies-Tal. Sehr schön. Du... Fliegen. Du... Schutz, du... Leiter Götter. Dann hätten wir jetzt hier gerne... da wird er sein wir müssen also die Danen töten das könnte interessant werden du machst keinen Schaden bei die Danen Stunde der Kraft Drachenhauch macht 79 Schaden bei denen ich denke mal Meteor Regen wird immer noch am effektivsten sein ja darf sie sich nur nicht bewegen Meteor Regen und Tod prügeln na Kampf gib ihm also es geht wir können die Danen töten aber es zieht sich doch ein wenig und das war nur ein normaler da ist ein Edel die Danen und eben hier Sachen sind kaputt gegangen probieren wir mal Nahkampf vielleicht ist das wir überraschen einfacher ja ja ist es das ist komisch okay komm wir nicht die Danen wir hauen dir die Kniekehen weg du steckst im Haus ne da vier Punkte ah da 51 33 Schuhe kaputt das ist echt schick gegen Krankheiten uninteressant geschickt plus 12 hält sich in Grenzen Rüstungsklasse plus 15 ja die kannst du mal nehmen kann verzaubert werden kann verzaubert werden plus 10 Intellekt und Glück so wie viel Intellekt hast du eigentlich jetzt 230 du bitte heilung eigentlich müssten wir jetzt anfangen die ganzen Häuser zu durchsuchen aber ich weiß ja nicht warte mal du brauchst einen anderen Quickzauber hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können also ich mochte es nie mit Lane Heilzauber als Quickzauber zu nehmen weil man immer ein Ziel auswählen muss das heißt man macht dann Piu 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 und den Pausemodus Helden auswählen draufklicken aber mit diesem Gruppenheilzauber wird alles kein Problem kann ich einfach schön weiter Piu Piu äh ja kein Piu Piu kurz Deckung suchen und wir gehen jetzt nach oh wir gehen jetzt nach und wie können die auf uns schießen Deckung wir gehen jetzt möglichst schnell nach und nach alle Häuser durch um den Schattenmeister zu finden tief auf uns an ein alles geht ich calculated rappen Vielen Dank.